Das, was da heute läuft, ist absolut live. Es gibt überhaupt kein Playback. Und das sind die Fork-Friends aus Wolfenbüttel, die wir herzlich begrüßen zum Schluss einer Sendung. Das sind Doris Feuzig, Götz Bornemann und Gerhard Kretschmann. Also zum Abschluss von Hallo Niedersachsen heute. Ja, und mit Snowbird verabschieden wir uns von Ihnen. Hallo Niedersachsen, auf Wiedersehen. Bis morgen um 19.15 Uhr. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Tschüss. Tschüss.